Unglaublich! Ja, unglaublich scheiße zu springen. Ähm, wo komme ich da rum? Moment. Wo komme ich jetzt hier irgendwo? Also da unten komme ich vermutlich nicht rum. Denke ich. Glaube ich. Keine Ahnung. Nein, bleib stehen. Gehen Sie zur oberen... Hahaha, bist du witzig. Also ich kann hochspringen, aber ich kann mich nicht festhalten. Das ist natürlich wunderbar. Ich kann ja auch nirgendwo... Ich weiß nicht, ob ich hier das Wasser noch reinmachen kann, dass ich da höher komme. Ich hätte jetzt gesagt, ich muss über die Wände... Oh, Moment. Was ist denn da? Ah, okay. Ich muss sieben von diesen Räuchergefäßen finden. Ja, das ist toll, dass die mir das jetzt sagen. Äh, da hinten ist noch was. Aber ich habe anscheinend eine unendliche Musizion mit der Pistole. Das finde ich klasse. Das war ja auch beim Original-Trommel oder so. Sind das jetzt auch diese Räuchergefäße? Ich glaube, ja, oder? Also die kann ich so von hier aus nicht anvisieren. Das muss ich wahrscheinlich von oben machen. Genau. Steck erstmal die Waffe weg, Lara. Kein Thema. Ähm, ja. Also ich habe jetzt keine Ahnung, was ich machen soll. Deswegen mache ich nochmal ein lustiges Sprung. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss hier hoch. Aber da ist es kaputt. Da komme ich nicht hoch. Ich gehe jetzt erstmal runter. Vielleicht muss ich ja doch irgendwo anders hin. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kommen jetzt hier Haie oder so. Normalerweise würde ich sagen, wenn du nicht weiterkommst, stell dich auf den Kopf, damit du eine andere Perspektive bekommst. Äh, richter Stick. Ich muss irgendwie weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen. Ah. Ah, okay. Das sind meine Überlebensinstinkte. Das ist schön. Den, ach so, den Wasserstand erhöhen. Ja, das ist toll. Da oben muss ich hin, denke ich mal. Komm ich auch wieder aus diesem Modus raus. Aber wie? Ah. Moment. Ja, ob das so eine gute Idee war, weiß ich noch nicht. Das geht aber schnell hoch hier. Hallo? Ich kann doch nicht schwimmen. Nein, es geht aber auch nicht viel mehr. Also man muss ja mal sagen, knackigen Hinternatze ja. Ähm. Haben wir noch irgendwo was, wo wir ein Loch reinmachen können? Ah, Moment. Moment. Da kommt auch Wasser raus. Kann ich das vielleicht doch runterschießen? Oha, was war denn das? Hallo? Ach so, weil ich da runterrutsche. Okay. Aber ich denke mal, ich muss eher da ran, als dass ich da irgendwas runterschießen soll. Okay. Aber ich kann hier auch das Wasser nicht noch mehr erhöhen. Kann ich auch nichts machen, oder? Das ist jetzt nicht angezeigt hier. Okay. Okay. Schauen wir mal, dass ich noch was für mich. Kann ich nicht von hier aus einfach fluten? Ah, scheiße. So, es tut mir leid, aber leider kam DHL jetzt gerade und habe mich jetzt gerade gedanklich völlig leuchteinander gebracht, was ich machen wollte. Moment, wir hatten den Wasserstand erhöht. Das Schleusentor hält das Wasser zurück. Wenn ich es anheben könnte... Ach, das ist ja jetzt höher, ja. Sorry, aber ich stehe jetzt gerade etwas neben mir, weil, ja, wie gesagt, DHL gerade da war und ich jetzt irgendwie gedanklich komplett woanders bin. Habe ich da hoch? Muss ich wahrscheinlich da draus springen? Aber wir kommen mit höher. Das heißt, es sieht gut aus. Naja, gut ist relativ, ne? Hier scheinen die ganzen Pharaonen, wollte ich gerade fast sagen. Hier scheinen die ganzen, keine Ahnung, Kriegsleute oder so zu liegen. Ich muss aber eigentlich in die Richtung irgendwo, oder? Na komm, spring rüber. Kann ich hier irgendwas machen? Sieht schon so aus, als ob ich hier hoch muss. Ich würde gerne mal gucken. Ich weiß ja nicht... Ah, da kann man... Ah, eine Lampe. Ich möchte natürlich schon so viele Sachen wie möglich finden. Und... Wie viel Schuss habe ich eigentlich? Fünf oder so? Ne, drei, ne? So viel habe ich jetzt nicht abgegeben. Oh, das sieht mir irgendwie komisch aus, ja. Oh ja, oh, scheiße. Jetzt weiß ich, warum es komisch aussah. Ja? Muss ich dann da rüberspringen? Okay. Drücken Sie A zum Springen. Verdammt! Sie sind fast drin. Ich sehe aber niemanden. Ah, da oben ist noch was zum... Ist da hinten auch noch was zum Abschießen? Ja. So, eine fehlt mir jetzt noch. Das wäre jetzt blöd, wenn ich die jetzt nicht mitnehmen würde. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich jetzt da rübergehe. Aber hier ist jetzt keine mehr, wenn ich das hier richtig sehe. Ich hoffe, da hinten drin, wo ich jetzt nicht rankomme, auch nicht. Okay. Das ist schon wieder eine Falle. Oh, was ist das? Was ist das? Das sieht mir irgendwie so nach einer anderen Falle aus. Also, leuchtende Dinger, die Erfahrung habe ich gemacht, sind meistens nie gut. Wenn man da drüber läuft. Kann man da irgendwas von nehmen. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Wer die Elder Scrolls Online gespielt hat, weiß, der Prophet ist tot. Zumindest in meiner Variante, weil ich habe ihn sterben lassen. Die anderen hatten doch ihr Leben vor sich. Okay, das ist wieder so ein Ding. Was runter geht, so wie es aussieht. Die Frage ist... Achso, dann geht es da hinten auf. Ah, dann kriege ich bestimmt wieder mehr Wasser, oder? Ja, ich kriege mehr Wasser. Die Frage ist, reicht das? Oder muss ich das nochmal machen? Hä? Jetzt geht das Wasser wieder weg? Äh, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Moment, hier oben habe ich aber noch was. So, ja, dann aktiviere ich das halt. Ich soll da draufsteigen. Achso, dann fällt das... Nee, dann wird das Ding doch hochgezogen. Oder muss ich... Moment. Oder muss ich das ziemlich runterschießen? Ah. Wenn ich den Treffen könnte. So, wo haben wir dich denn? Okay. Äh, das heißt dann aber was? Dass wenn das offen ist, muss ich dann da durch, oder was? Bevor ich zerquetscht werde? Ach du Scheiße, ich hoffe nicht. Ich schaue mal eben erstmal, ob ich hier noch was finde. Alte Münzen. Alte Münzen können gegen Upgrades und Ausrüstung getauscht werden. Yay! Ich hoffe, die bringen mir viel ein. Ähm, noch irgendwas zum Abschießen hier. So ein Ding. Ich befürchte nämlich, dass wir jetzt genau eins nicht gefunden haben. Das wäre jetzt, ehrlich gesagt, ziemlich ärgerlich. Aber ich gehe davon aus, es ist so. So, da wollte ich jetzt nochmal eben gucken. Also, ich muss das runterlassen, so viel ist klar. Und dann muss ich anscheinend da drauf springen. Achso, Moment, dann geht das Ding hoch. Oh mein Gott. Okay, Moment, ich versuche es mal. Doch nicht. Ähm, ja. Ach, das Ding ist auf die andere... Oh, das ist schon euer Ernst jetzt, oder? Moment, das Ding ist hier auf die Seite... ...gerutscht. Komme ich denn hier irgendwo raus? Oh. Ich werde von der Strömung mitgerissen. Komm ich jetzt überhaupt noch aus dem Wasser raus? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ähm. Was, da komme ich... Da komme ich... Aua. Da komme ich auf jeden Fall nicht raus. Und auch nicht direkt drauf, okay. Aber da komme ich da sicher hin, oder? Ah, okay. So, die Frage ist jetzt... Weil er zeigt ja beides an, dass das aktiviert wird, weil die Strömung das Ganze dann nach links schiebt. Die Frage ist nur... Ah, Moment, da oben? Geht das auch in die Ecke? Wenn ja, würde ich nämlich gerne da hochspringen, wenn das möglich ist. Nein! Hallo! Ich wollte nur aus dem Modus raus. Moment. Nein! Geh doch dem hinterher, Mann! Was macht die denn? Es ist wirklich zu blöd, einfach da drauf zu springen. Naja. Nochmal. Ja. Geht doch. Geht doch. Wohin jetzt? Achso, da... Da muss ich da oben hin, oder wie? Wenn ich auf diesen Balken komme... Ja, was dann? Das ist die Frage. Wuh! Okay. Okay. Ah! 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 Wenn ich auf diesen Balken komme, dann lande ich wieder am Eingang. Und? Oder auch nicht. Ah! 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 Sprengsätze legen! Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Wer zur Hölle sind sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute das wissen sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich hab keine Ahnung wovon sie sprechen. Spielen sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Ich hab keinen Artefakt. In Deckung! Ich muss schießen. Sag das doch! Kann ich in Deckung gehen? Hallo? Hallo? Kann ich mich irgendwie... ... ... ... ... Das war nicht ganz so akkurat wie es laufen sollte. Dann lauf! Also steinigt mich nicht, wenn ich falsch liege, aber ich glaube diese Szene kenne ich aus einem der ersten drei Teile. Das ist das!